Was sagt ihr jetzt? Wir sind da. Willkommen im Key-Haus. Dein Vater hat mir nie was über sein Leben hier erzählt. Meine Kinder brauchen ein Zuhause. Willst du wirklich hier wohnen? Hallo? Bist du mein Echo? Ja. In eurem Haus gibt es viele magische Schlüssel. Du brauchst nur zu lauschen. Sie flüstern. Hörst du das? Ja, Gost. Ja, Gost. Bordi? Heilige Scheiße. Wie kann denn sowas möglich sein? Das ist kein Spiel. Du weißt nicht, ob das Schäden anrichtet. Du hast mich aufgewägt. Weißt du, was du damit anrichtest? Da ist ein wild gewordenes, böses Ding, das scharf ist auf die Schlüssel. Bordi! Wir sind kein Spielzeug. Das sind Waffen. Diese Schlüssel haben wir geerbt. Es ist etwas, das uns mit Dad verbindet. Die Vergangenheit begleitet uns ständig. Man kann versuchen wegzulaufen. Aber sie ist immer da. Was auch immer du über dieses Haus zu wissen glaubst, du weißt nichts. eines eines einem retten aus jemand krisch verm sous Untertitelung des ZDF für funk, 2017